Herzlich Willkommen zu St. Utilien. Eine ganze Menge von euch waren schon mal hier und die meisten von euch haben schon entweder einen Kurs mit mir oder im Buddha-Haus gemacht. So, dass ihr eigentlich genau wisst, was ihr tun wollt. Ich brauche gar nichts zu sagen, ne? Aber da ich ja nun mal hier bin und was erzählen. Für diejenigen von euch, die schon die Kurse gemacht haben, hoffe ich, dass dieser Kurs eine Vertiefung der Praxis und eine Erweiterung der Einsicht sein wird. Und für diejenigen, für die das hier neu ist, die noch nicht bei mir einen Kurs gemacht haben oder noch nicht im Buddha-Haus einen Kurs gemacht haben, hoffe ich, dass dieser Kurs eine neue Gedankenwelt öffnen wird. Und das tut es auch für viele. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, die meisten, aber viele öffnet eine neue Gedankenwelt. Und wenn uns diese neue Gedankenwelt dann familiär wird und selbstverständlich wird, dann ist sie nicht mehr neu. Dann leben wir in ihr. Und dann ist das eine Umkehrung sozusagen von den weltlichen Ideen, die wir draußen immer antreffen und die eigentlich mit unserem Innenleben überhaupt nichts zu tun haben. Ich habe gerade ein sehr nettes Erlebnis gehabt, was darauf hin zielt. Ich habe unseren Bürgermeister getroffen, zufällig. Bürgermeister von Eu. Und wir hatten ein paar Minuten Zeit. Er hatte Zeit, ich hatte Zeit. Wahrscheinlich bei ihm genauso selten wie bei mir. Und dann erzählt er mir, dass er mein Buch gelesen hätte. Oder ohne Geheimnis, glaube ich, hat er gelesen. Und seitdem hat sich seine Gedankenwelt und seine ganze Arbeitsklima geändert. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Er hat gesagt, dass er jetzt jeden Dienstag Nachmittag hat er drei Stunden Besprechung mit seinen Mitarbeitern. Davon wird eine Stunde besprochen, was sie tun und zwei Stunden wird philosophiert. Und das ist so allerhand in so einem kleinen Rathaus in Oll. Also das ist nur ein Zeichen dafür, dass die Lehre des Buddhas unsere Gedankenwelt ändern kann und ändern soll. Ich habe diesen Kurs betitelt, das Geheimnis von Leben und Tod. Das ist auch ein Titel von einem der Bücher, aber das hat damit nichts zu tun. Es ist mir sozusagen eingefallen, dass gerade das ein äußerst wichtiges Thema ist, das wir nicht genügend besprechen können. Und da ja die meisten von euch schon vieles gehört haben von der Lehre, so habt ihr natürlich auch schon davon gehört, dass der Buddha über den Tod gesprochen hat. Aber wir wollen es diesmal noch einmal verdeutlichen. Wenn wir sagen, das Geheimnis von Leben und Tod, so wäre eine berechtigte Antwort darauf, na das Leben ist doch gar kein Geheimnis, das kenne ich ja. Aber der Tod, den kenne ich nicht, das ist ein Geheimnis. In Wirklichkeit stimmt diese Aussage überhaupt nicht. Erstens mal kennen wir unser Leben nur so weit, wie wir es bis jetzt erkannt haben. Da sind noch viele Geheimnisse, die wir überhaupt noch nicht gelüstet haben. Wir kennen unser eigenes Leben und das Leben uns herum nur von der Perspektive aus, die wir bis jetzt hatten. Wie weit die Perspektive ich bezogen ist, desto enger ist der Horizont. Sodass da noch viele Dinge gibt, die wir erkennen können. Und den Tod, den wir in diesem Leben noch nicht mitgemacht haben, kennen wir trotzdem. Da sind viele Möglichkeiten, den zu kennen, kennenzulernen. Aber obwohl wir ihn erleben, erkennen wir ihn nicht. Und das ist ein Punkt, den wir vielleicht in diesem Kurs ändern können. Denn in Wirklichkeit sterben wir jede Sekunde, jede Millisekunde. Alles, was in uns ist, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Bewegung, jede Zelle, jeder Herzschlag, jeder Atemzug, alles woraus wir bestehen, verschwindet. Aber es kommt wieder. Und weil es wiederkommt, und vielleicht vor allen Dingen die Gedanken, weil es alles wiederkommt, geht uns die Bedeutsamkeit dieses ewigen Vergehens vollkommen verloren. Es ist verschleiert, es ist nicht in unserer Wahrnehmung. Weil es sich ständig immer wieder erneuert. Dazu brauchen wir eine starke Achtsamkeit. Und von Achtsamkeit habt ihr alle, die schon in Kursen waren, schon oft genug gehört, aufpassen. Sich selbst beobachten. Wir sind sozusagen unser eigenes Labor. Und wir sind auch der eigene Wissenschaftler, der in diesem Labor arbeitet. Und sich mit einem Mikroskop, genannt Achtsamkeit, alles anschauen kann, was da vorgeht. Obwohl fast alle von euch Achtsamkeit schon oft gehört haben, so wird ihr wahrscheinlich im Geheimen, braucht ihr nicht laut zu machen, zugeben, dass ihr sie oft vergisst. Das ist nur menschlich. Das ist einfach so für jeden, dass er die Achtsamkeit auf das, was mit uns geschieht, sozusagen im Eifer des Gefechts im täglichen Leben total vergisst. Und sich nur noch darauf konzentriert, was im Moment gefordert wird. Und wir darauf reagieren kann. Und daher kommen Probleme. Denn wenn wir die Achtsamkeit einhalten würden, auch in diesen Situationen, dann würden wir mit unseren Handlungen und Reaktionen auf keine Schwierigkeiten stoßen. So, wenn wir auf Schwierigkeiten stoßen, können wir es für ganz sicher annehmen, dass wir die Achtsamkeit vergessen haben, die Achtsamkeit verloren. Das heißt also, dass wir in diesem Kurs wieder neu üben. Es ist sozusagen, da wir ja jede Sekunde sterben, ein ganz neues Leben und ein ganz neuer Kurs. Auch wenn wir schon sonst wie vielem gemacht haben. Auch für mich ist es ein ganz neuer Kurs. Und ich mache das schon seit 21 Jahren. Und meistens zehnmal im Jahr. Und dennoch ist jeder Kurs ganz neu. So, das ist auch etwas, was bedacht werden sollte. Vor allen Dingen von denen von euch, die schon öfter dabei waren. Alles ganz neu. Die Achtsamkeit fängt jetzt an. Und diese Achtsamkeit auf sich selbst mit einem Mikroskop sozusagen vergrößern, was wir für selbstverständlich annehmen. Wenn wir das vergrößern, sehen wir neue Dinge. Wenn man zum Beispiel einen Wassertropfen ansieht. Was sieht man da? Gar nichts. Ein Wassertropfen. Aber habt ihr schon mal einen Wassertropfen unter ein Mikroskop getan? Was da alles drin ist? Hochinteressant. Nun kommt nicht jeder dazu, das zu tun. Aber man kann sich sicher leicht vorstellen. Und ich glaube, dass man es auch in der Schule macht. Man schaut sich so einen Wassertropfen an in einer vielfachen Vergrößerung. Und da findet man alle möglichen Dinge in diesem Wassertropfen. So ist die Achtsamkeit. Die spirituelle Achtsamkeit. Die weltliche Achtsamkeit ist was anderes. Die ist zum Überleben gedacht. Dass man nicht überfahren wird. Dass man sich nicht die Finger abschneidet. Dass man vernünftig antwortet. Dass man die richtige Telefonnummer wählt. Und so weiter. Aber das ist die weltliche Achtsamkeit. Die brauchen wir zum Überleben. Die haben wir alle. Aber diese Vergrößerung von uns selbst, das ist das, was uns einmal erklären wird, wie überhaupt unser Leben sich abspielt. So dass wir auch das Geheimnis des Lebens deutlicher erkennen werden. Und dabei auch den momentanen Tod erkennen können. In allen Kulturen, allen Religionen, zurück tausende von Jahren, ist der Tod von Wichtigkeit gewesen. Er ist rituell, er ist mystisch, er ist religiös beschrieben, erklärt und sehr oft sogar gemalt worden. Es gibt unendlich viele aus allen Traditionen, stammende Bilder, die Tod beschreiben. Und sie beschreiben den Tod in einer Art und Weise, so dass der Lebende sich damit irgendwie familiär machen kann. Und das ist das, was wir hier machen wollen. Denn es gibt zwei Aspekte über den Tod, die erst einmal sozusagen generelle Aspekte sind. So Überschriften. Und dann machen wir es noch in Einzelheiten. Die Überschriften sind so. Einmal, wenn wir uns mit dem Tod näher befreuen. Und das ist ganz wichtig. Dann verlieren wir viel von der Angst. Wir verlieren viel von der Abneigung. Angst und Abneigung gehen Hand in Hand. Da wo Abneigung ist, ist Angst. Da wo Angst ist, ist Abneigung. Das, was wir lieben, vor dem haben wir keine Angst. Das, was wir nicht lieben, das wollen wir nicht. Also haben wir Angst, dass es passiert. Und Angst ist eine Eigenschaft, eine Emotion, mit der alle Menschen leben. So gut wie sie können. Und wir geben dieser Emotion von Angst natürlich alle möglichen Namen, alle möglichen Titel. Aber es bleibt im Prinzip bei der einen Angst. Die Angst vor der Vernichtung. Die sich in vielen Arten von Angst ausdrückt. Das ist erst einmal ein Aspekt des Todes, dass wir etwas von der Angst loswerden. Dass wir etwas von dieser Vernichtungsangst in uns verstehen lernen. Und dadurch unsere Lebensqualität um vieles erhöhen und erweitern und verschönern. Je weniger Angst zu haben, desto leichter ist es zu leben. Da wo Angst ist, ist auch Aggression. Man stelle sich vor, dass man einem Tier zum Beispiel Angst einflößt. Es wird sehr leicht aggressiv. Genauso ist es mit Menschen. Und diese Angst, die wir haben, ist von einer Beständigkeit, die wir immer durchmachen, auf verschiedene Art und Weisen. Nun gibt es den Tod, den wir sozusagen, körperlichen Tod, vor dem wir die meiste Angst haben. Und dann haben wir den Tod, der, wie ich eben schon sagte, jeden Moment stattfindet. Vor dem haben wir gar keine Angst. Weil wir nämlich gar nicht bemerken. Das liegt aber nicht daran, dass er nicht existiert. Es liegt einfach daran, dass unsere Achtsamkeit nicht stark genug ist. Wenn wir hier achtsam werden, werden wir es schon bemerken. Und dann gibt es eine Art Tod, die wir alle kennengelernt haben und kennen und die uns immer betrübt. Und das ist sozusagen der Ich-Tod, wenn das Ich nicht genug unterstützt wird. Daher kommt die Schwierigkeit bei der Meditation. Bei der Meditation muss das Ich mal einen ganz kleinen Tod sterben. Und beim noblen Schweigen auch. Und daher ist beides schwierig. Denn es ist ja freiwillig. Wenn der körperliche Tod kommt, so ist das ja im Allgemeinen nicht freiwillig. Sondern es ist sogar etwas, was wir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wollen. Aber hier, durch die Meditation und durch das Schweigen, lassen wir das Ich einmal los. Momentan und auch nicht vollkommen. Aber genügend, um uns zu konzentrieren. Und hier ist der springende Punkt. Für alle diejenigen, denen die Konzentration noch schwer fällt. Und es hat nichts damit zu tun, wie lange man schon übt. Es sind sehr häufig karmische Resultate. Es sind auch Gedankenmuster. Für alle die, denen die Konzentration schwer fällt, ist es wichtig zu wissen, dass das Ich dazwischenfunkt. Und zwar natürlich durch Denken. Je mehr wir denken, desto mehr haben wir eine Unterstützung unserer Ich-Illusion. Da es eine Illusion ist, mit der wir aber vorläufig einmal leben müssen, denn wir haben sie ja nun mal, braucht sich ständige Unterstützung. Wenn es eine Tatsache, eine Wahrhaftigkeit wäre, braucht es überhaupt keine Unterstützung. So ist es eben. Aber da das Ich nicht einen festen Sitz hat, und man sollte das schnellstens mal untersuchen, wo das eigentlich sitzt, das Ich. Und wir werden das auch in der Kontemplation machen. Und da es nirgends einen festen Sitz hat, so braucht es ständig etwas, was da eine Unterstützung bietet, sodass es eine gewisse Festigkeit bekommen kann. Und das können wir nur durch unsere Gedanken, wir können es auch durch Handlungen, wir können es auch durch Unterhaltungen. Aber da hier Handlungen und Unterhaltungen ja kaum möglich sind oder Minimum sind, so bleibt es bei den Gedanken. Und die spuken dann herum. Und obwohl sie unerwünscht sind, so sind sie dennoch vorhanden. Und das ist wichtig zu erkennen und zu untersuchen. Schon bei der allerersten Meditation. Wieso denke ich eigentlich, was ich denke? Wozu mache ich denn das eigentlich? Ich wollte doch eigentlich herkommen zum Meditieren. Denken können wir sowieso. Das machen wir alle schon seit Jahrzehnten. Mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. Aber auf jeden Fall ständig. Außer wenn wir einschlafen. Das können wir natürlich bei der Meditation auch einschlafen. Aber das nutzt auch nichts. Sehr wenig. Es unterbindet momentan das Denken. Aber es hilft uns überhaupt nicht, irgendwelche Einsicht zu bekommen. Und es ist von jeher so, dass die ersten zwei Tage eines Meditationskurses, ich will nicht sagen drei, das hört sich so hoffnungslos an, dann sagen wir mal zwei, mit sehr viel Schläfrischkeit verbunden sind bei vielen. Also und sich nicht darüber wundern. Wieso, ist ganz einfach zu verstehen. Man kommt aus dem täglichen Leben, wo der Geist ständig von morgens bis abends und was tut. Er ist ständig dabei, aktiv zu sein. Ob er nun immer das Gute tut, immer gut aktiv ist, ist nensichtlich hier. Er ist aktiv. Und plötzlich soll er aufhören, aktiv zu denken und soll erleben. Und da sträubt er sich. Er sagt, so mache ich jetzt nicht mit. Und außerdem, wenn er die Konzentration noch nicht in der ganzen Fülle kennengelernt hat, dann kennt er nur den Moment vor dem Einschlafen ohne Denken. Und so hat er vielleicht eine Sekunde ohne Denken und dann glaubt er, ach so, einschlafen. Und dann schläft er ein. Also das nicht zulassen. Stattdessen sofort die Augen aufmachen, wenn die Müdigkeit kommt. Ins Licht schauen, sich selber gut zureden, sich selber eine Dammerrede halten, wie immer auch, ganz egal. Was immer man weiß, was immer man kann, sich selber vorsprechen. Nicht so laut, dass der Nachbar es hört, aber nur innerlich vorreden. Dann ist vom Bruder noch empfohlen, die Ohrläppchen zu ziehen und die Wangen sich zu reiben. Und wenn es gar nicht anders geht, wenn man immer noch beim Einschlafen ist, aufstehen. Meist Leute können nicht im Stehen schlafen. Aufstehen, ganz langsam und vorsichtig, dass man den Nachbarn nicht stört. Und erst mal wieder wach werden. Und dann sich ganz vorsichtig wieder hinsetzen. Das ist natürlich nur im äußersten Fall. Die Schläfrigkeit in den ersten Tagen des Kurses ist altbekannt. Und haben diejenigen, die schon mehrere Kurse gemacht haben, auch sicher schon durchgemacht. Nun betrifft das nicht jeden. Denjenigen, denen es erspart bleibt, wunderbar. Aber denjenigen, denen es nicht erspart bleibt, sollen sich nicht wundern, sondern gegen Maßnahmen treffen. Es hat nichts damit zu tun, dass man nicht genug Schlaf bekommt. Es ist einzig und allein hat es was damit zu tun, dass der Geist aufgefordert wird, etwas zu machen, was er sonst nicht macht. Er soll aufhören zu denken, er soll anfangen zu erleben. Ohne Erklärung. Einfach erleben. Er macht er sonst nie. Sonst erzählt er immer Geschichten. Das ist eine Sache, die die Meditation erschwert. Und die zweite Sache, die die Meditation erschwert, ist das Gefühl, der Gedanke, der Wunsch, ich will meditieren. Und ich möchte gut meditieren. Ich möchte schön meditieren. Ich möchte konzentriert meditieren. Was immer man sich da gerade wünscht. Und das ist vollkommen sinnlos, diese Gedankengänge. Obwohl sie sehr natürlich sind und sehr selbstverständlich sind, sind sie genau gegenteilig von dem, was man gerne möchte. Um die Konzentration zu erlangen, brauchen wir eine Art des Denkens, die total dem entgegengesetzt ist. Und zwar, das Ich, vollkommen im Hintergrund, das hat überhaupt mit dieser Meditation nichts zu tun. Und nur die Meditation nach vorne, im Vordergrund. Es gibt also nur meditieren und nicht ich meditiere. Und ich hätte es gern gut, schön konzentriert oder was immer. Wenn das nicht so einfach geht, wie ich das eben gesagt habe, und das ist anzunehmen, sich immer wieder vorsagen. Nicht ich meditiere. Nur meditieren. Allmählich glaubt der Geist es. Wie man es ihm oft genug erzählt hat. Und dann wirkt es auch. Dann funktioniert es. Der einzige Störenfried, den es auf der ganzen Welt gibt, heißt ich. Es gibt keinen anderen. Auch wenn man sehr häufig glaubt, es wäre du. Oder ihr. Oder sie. Es gibt nur einen einzigen. Und der heißt ich. Und der stört die Meditation. Und er stört alles andere auch. Aber hier sind wir damit beschäftigt. Die Meditation, wie ja die meisten von euch wissen, muss eingebettet sein, in einen spirituellen Rahmen. Und diesen Rahmen hat uns der Buddha gegeben. Und diesen Rahmen werde ich von einigen Seiten aus beleuchten. Es ist natürlich nie möglich, alles von diesem Rahmen zu erklären. Aber man kann das immer wieder von verschiedenen Seiten anschauen. Und es muss, es muss unbedingt die Meditation eingebettet sein in diesem Rahmen. Es ist total unmöglich, meditieren zu können, wenn man sein Leben nur nach weltlichen Dingen ausgerichtet hat. Das soll nun aber nicht bedeuten, dass man nicht seinen Beruf, seinen Job ausüben kann. Überhaupt nicht. Das ist auch nötig. Das gehört mit dazu. Aber was es bedeutet, ist, dass man die spirituellen Werte nie vergisst. Und deswegen ist es so wichtig, über den Tod nachzudenken, über den Tod einmal deutlich zu sprechen und ihn nie aus den Augen zu verlieren. Denn dann ist es möglich, die Werte, die wir im Leben haben, noch einmal zu untersuchen. Und diese Werte noch einmal so zu untersuchen, dass uns klar wird, ob sie wirklich dem Stand halten, dass wir alle dem Grab entgegen gehen. Oder, dass sie, wenn wir das ins Auge fassen, sie total wertlos erscheinen. Das ist der wichtigste Punkt und das ist der zweite Aspekt von der Lebensqualität, die wir durch das familiär werden mit dem Tod, dann verändern, vertiefen und auf eine Ebene bringen, wo sie unabhängig wird von allem, was um uns herum vorgeht. Es ist also nicht nur die Meditation, aber die gehört dazu. Die Meditation macht es uns möglich, auch schon, wenn wir nicht konzentriert sind, sehr viele Vorteile zu haben. Und ich möchte diese Vorteile jetzt noch einmal aufzählen, obwohl einige von euch oder mehrere von euch, die auch schon öfter gehört haben, aber da der menschliche Geist sehr vergesslich ist, so wäre es kein Kunststück, die Vergessen zu haben. Wenn der Geist sowieso konzentriert ist und in die Vertiefung gehen kann, so weiß er selbst die Vorteile, die Einsichten, die daraus entspringen. Die Vertiefungen, von denen wir auch noch sprechen werden, bringen automatische Einsichten. Aber wenn die Meditation nicht konzentriert ist, das heißt also, ein Atemzug, ein Gedanke, zwei Atemzüge, zwei Gedanken und so weiter und später dann mal vielleicht zehn Atemzüge und dann zwei Gedanken und dann nochmal und so weiter, dann sollten wir nicht glauben, dass die Meditation nicht funktioniert. Die Konzentration funktioniert nicht, aber nicht die Meditation. Die Meditation bringt auch in diesem Fall große Vorteile. Und der erste Vorteil ist, dass wir gutes Karma machen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch in Detail besprechen werde, denn er gehört zum Geheimnis von Leben und Tod. Karma, das wir machen, ist von äußerster Bedeutung. Es ist sozusagen eigentlich die einzige Versicherung, die wir je eingehen können für ein gutes Leben und einen guten Tod. alle anderen Versicherungen nutzen überhaupt nichts. Obwohl die Menschheit sich damit schon seit vielen Jahrzehnten abgibt, Versicherung zu kaufen, so nutzen wir uns gar nichts. Karma, das ist die stärkste Versicherung, die einzige, die wir haben können. Wenn wir uns also hinsetzen, um zu meditieren, dann machen wir auf jeden Fall erst mal gutes Karma. Weil unsere Motivation eine reine ist. Wir wollen etwas tun, um uns selbst kennenzulernen und um den Weg des Buddhas zu gehen. Diese Motivation ist von Nutzen und bedeutet gutes Karma. Der Buddha hat gesagt, Karma, ihr Mönche, erkläre ich, sind die Absichten. Die Resultate, die sind nämlich selbstverständlich. Aber leider ist es in unserer Gesellschaft so, und nicht nur in unseren, fast in allen Gesellschaften, aber reden wir von unserer, Gesellschaft so, dass wir auf Resultate ausgerichtet sind. Das ist ganz falsch. Die kriegen wir sowieso. Wir können nur auf unsere Absichten ausgerichtet sein. Und das ist nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Weil unsere Absichten sehr oft sozusagen durchwachsen sind. Sie sind nicht ganz weiß oder ganz schwarz. sie sind sehr häufig grau. Oder grau gesprengelt. Oder mit weißen Tupfen oder so etwas. Das heißt also, unsere Absichten zu untersuchen, das ist ein anderer, wichtiger Punkt im Karma. Und das werden wir auch noch in der Kontemplation tun. Aber hier haben wir eine Garantie, dass wir gutes Karma machen, wenn wir uns hinsetzen zum meditieren. Was das Resultat dann ist, das ist eine zweite Sache. Der zweite Vorteil, den wir sofort haben, ist, dass wir der Lässigkeit und Trägheit des Geistes entgegen arbeiten. Die Lässigkeit und Trägheit des Geistes ist unser drittes Hindernis und bedeutet, dass wir entweder dösen oder schlafen, dass wir die Dinge, die wir tun sollten vor und verschieben, dass wir nicht dazu kommen, das zu tun, was wir uns vorgenommen haben, dass wir nicht wach genug sind, um den momentanen Tod in uns zu erleben. Die Wachheit des Geistes ist das Gegenteil von der Lässigkeit und Trägheit. Jedes Mal, wenn wir uns auf das Meditations Subjekt wieder neu ausrichten, arbeiten wir gegen diese Lässigkeit und Trägheit. Wohlgemerkt, die Hindernisse sind universell. Jeder hat eins von den fünf, die es gibt, stärker als die anderen vier, aber jeder unerleuchtete Mensch hat alle fünf. Wir haben kein Monopol, wir sind nicht ausgesucht, es ist nicht was Schlechtes in uns, es ist einfach ein Hindernis. Wir arbeiten dagegen. Der dritte Vorteil ist, dass wir durch das Etikettieren unseren Geist erkennen. Wir erkennen nicht nur unser Gedankenmuster, sondern wir erkennen auch, was er eigentlich für Sprünge macht, was wir sonst im täglichen Leben total übersehen. Es ist ganz wichtig, dass wir Etikettieren, solange wir nicht konzentriert sind. Und wenn wir das tun, merken wir, dass unsere Gedanken sehr häufig nicht glaubwürdig sind. Und wenn wir gemerkt haben, dass unsere Gedanken nicht glaubwürdig sind, dann brauchen wir ihnen auch im täglichen Leben nicht immer zu glauben. Und dann brauchen wir nicht jedem Gedanken hinterher zu laufen. Macht uns das Leben viel einfacher. Und dann, wenn wir das Etikettieren der Gedanken gelernt haben, dann merken wir, dass der Beobachter nicht der Denker ist, sondern dass der Gedanke zerbricht und dass wir mit der Achtsamkeit auf den Atem ersetzen können. Wir lernen also das Ersetzen. Und das brauchen wir ganz dringend, jeder, ob er sich konzentrieren kann oder nicht, das braucht jeder, ganz dringend im täglichen Leben. Das Unheilsame mit dem Heilsamen ersetzen. Es gibt kein spirituelles Leben, es gibt keinen spirituellen Pfad, es gibt keine Spiritualität, es gibt keine Religion, ohne dass man das Unheilsame mit dem Heilsamen ersetzt. Dass uns das nicht immer gelingt, ist eine zweite Sache. Aber es muss ein Teil unserer Absicht sein. Und hier in der Meditation wird das Etikettieren und das Ersetzen gelernt. Und das Ersetzen ist so wichtig, dass wir das nicht nur hier im Kurs in der Meditation tun, sondern auch außerhalb der Meditation. Es kann uns sehr leicht passieren, auch wenn wir schweigen, dass wir ganz negative Gedanken über irgendeinen Kurs-Teilnehmer bekommen. Er sitzt nicht schön, er hustet zu laut, er schläfrisch, macht es nicht so, wie man es machen sollte, alle möglichen Ideen kommen hoch. Sofort ersetzen, nur nicht behalten. Je länger wir einen negativen Gedanken in uns behalten, desto tiefere Furchtung zieht er, desto schwieriger ist es, ihn wieder loszuwerden. Nicht nur diesen Gedanken, sondern alle negativen. das Ersetzen des Negativen mit dem Positiven außerhalb der Meditation, aber natürlich innerhalb der Meditation mit dem Ersetzen mit dem Atem, aber außerhalb der Meditation auch. Und hier, wo sehr wenig auf uns zukommt, ist dieses Ersetzen einfacher. Es ist ein unbedingt Notwendiges Üben. Und wenn man eines Tages dazu kommt, sich selbst zu sagen, es ist doch wirklich Unsinn, mich freiwillig unglücklich zu machen mit diesen negativen Gedanken, dann ist man auf der richtigen Fährte. Es ist totaler Unsinn. sich selbst unglücklich zu machen, freiwillig mit negativen Gedanken. Und wenn man das einmal zu sich selbst ausgesprochen hat, das braucht kein anderer zu wissen, das braucht man nur zu sich selbst zu sagen, dann hat man eine offene Tür. Wir haben also das Erkennen unserer Gedanken, wir haben das Ersetzen, das Etikettieren, das Ersetzen und wir erkennen auch durch das Etikettieren, dass wir uns meistens in der Zukunft oder der Vergangenheit befinden und nicht in diesem Moment. Wenn wir in diesem Moment sein sollten, würden wir diesen einen Atemzug betrachten, erleben. Da wir nicht in diesem einen Moment sind, haben wir Gedanken. Dieses nicht in diesem Moment sein, ist auch der Grund, warum wir unseren Tod von Moment zu Moment nicht erkennen. Das heißt also, die totale Wachheit fehlt. Nur wenn wir in einem Moment sind, in diesem einen Moment, können wir ihn erleben. Alles andere ist erdacht. Was wir erleben, ist unseres. Was wir erleben, wenn wir das dann erkennen, bringt Weisheit. Erkanntes Erleben bringt Weisheit. Sodass ein weiterer Vorteil von der unkonzentrierten Meditation die Tatsache ist, dass wir feststellen, dass wir nicht im Moment sind, sondern in der Zukunft oder der Vergangenheit. Das heißt also, dass die Achtsamkeit uns flöten gegangen ist. Und dann bringen wir sie wieder hervor. Wir lernen also die Achtsamkeit, wir lernen das im Moment sein. Und wir haben von jeder Sekunde, die wir uns konzentrieren, einen Läuterungsprozess, den wir sonst nicht hätten. Denn in dem Moment, wo wir konzentriert sind, können wir weder Hass noch Gier haben. Sodass die Läuterung in dem Moment stattfindet. Und der spirituelle Pfad ist ein Pfad der Läuterung. Denn nur wenn wir die Läuterung wirklich vornehmen, ist es möglich, Klarheit zu schaffen. Ein klarer See, in dem nichts herum schwimmt, kann man bis auf den Grund schauen. Genauso ist es mit uns. Ein klaren Geist, in dem nichts unreines ist, da kann man bis auf den Grund schauen. Sodass wir einen automatischen Läuterungsprozess durchgehen, jedes Mal, wenn wir uns konzentrieren. Je länger wir uns konzentrieren, desto mehr haben wir Läuterung, das ist klar. Aber selbst das wenigste ist mehr, als was wir sonst im täglichen Leben haben. Wir haben also automatische und sofortige Vorteile. Sodass niemals der Gedanke aufkommen sollte und die Meditation noch mehr stören sollte, dass ich kann mich nicht konzentrieren, die Meditation wirkt nicht, funktioniert nicht. Sie funktioniert immer, ob wir es merken oder nicht. Was wir außerdem feststellen können, wenn wir uns untersuchen, wieso wir denken, ist, dass wir das nicht nur als Gewohnheit tun, das ist eine Sache, wir tun es als Gewohnheit und wir sind sehr gewohnheitsmäßig engagiert, aber außerdem auch, weil sonst das Ich kein Fundament hat. Und das einmal festzustellen, ist auch ein ganz wichtiger Einsichtsschritt, sodass die unkonzentrierte Meditation auch viel Einsicht bringt, wenn wir sie richtig verwenden. Und Einsicht ist immer erkanntes Erleben. Das, was wir erleben, wirklich erkennen. Wir erleben andauernd was. Jeden Moment passiert irgendwas. Der Atem ist vollkommen vergänglich. Die Gedanken sind alle vorbei. Jeden Moment ist irgendwas los. Aber erkennen wir es? Oder laufen wir einfach damit und laufen so nebenher und ärgern uns über das, was uns nicht gefällt und wollen das, was uns gefällt behalten. Das sind die nicht wachsamen Reaktionen. Hier in diesem Kurs werden wir ganz wach werden und ganz andere Reaktionen haben. Und alles, was in uns vorgeht oder um uns herum auch vorgeht, auf eine Art und Weise erkennen, die das Geheimnis von Leben und Tod mehr lüften können. Wir werden selbstverständlich über diese Dinge noch in viel mehr Detail sprechen. Über das Karma machen, wie, wann, wo und auch vor allen Dingen was für Arten von Karma, aber vor allen Dingen auch, wie wir jeden Moment unseres Lebens so verwenden können, dass wir gutes Karma machen. Und das ist ein Punkt, den wahrscheinlich jeder selbst erkennen kann. Wie kann ich jeden Moment meines Lebens verwenden, um gutes Karma zu machen und nicht auf ganz besondere Gelegenheiten warten. Obwohl die meisten von euch die Meditation gut kennen, so will ich doch jetzt für diejenigen, die noch keine Kurse gemacht haben mit mir, die kurze Anweisung über die Meditation geben und wenn deutlichere Anweisungen nötig sind, so kann man das dann mit seinem Gesprächspartner noch weiter ausführen. Atem als Meditationsobjekt auf jeden Fall jede Meditation mit liebender Güte für sich selbst anfangen. Wenn man liebende Güte Meditation noch nicht gemacht hat, dann die Liebe und die Dankbarkeit für den Atem empfinden, dass er uns am Leben erhält. Ansonsten liebende Güte für sich selbst. In welcher Art und Form ist egal. Auf jeden Fall so, dass der Geist ein Gefühl der Zufriedenheit in sich spürt. Dass ein Gefühl nicht der Überheblichkeit wie wunderbar ich bin, sondern einfach und allein die Zufriedenheit mit dem wie es gerade ist und weiter nichts. Es kann einem leicht passieren, dass da Überheblichkeit hochkommt. Vorsicht! So wie es ist, ist es gerade gut. Und der Mensch, der man ist, so ist er gerade gut mit all seinen Fehlern. Das Gefühl der ist Dankbarkeit und Liebe für den Atem oder auch für die Möglichkeit des Meditierens, für die Möglichkeit die Lehre des Buddhas zu hören. Was immer am meisten anzieht im Moment. Auf jeden Fall jede Meditation damit anfangen. Wie lange man das macht, ist egal. Wenn nach einer Minute oder zwei Minuten ein Gefühl der Ruhe und Zufriedenheit eintritt, genügt es. Wenn es nicht eintritt, länger machen. Den Atem, so wie wir jetzt schon meditiert haben und länger meditiert haben, so wie sie es immer machen, für die, die neu dabei sind, entweder zählen, eins beim Einatmen, eins beim Ausatmen, Zwei beim Einatmen, zwei beim Ausatmen, nicht mehr als zehn. Ein Wort, ein Wort wie Ruhe, Ruh beim Einatmen, H beim Ausatmen oder ein Wort, kann sich jedes Wort nehmen dafür. Das sind alles Hilfsmittel. Wenn der Geist konzentriert ist, braucht man die Hilfsmittel nicht, aber am Anfang braucht man sie nötig. Wenn man visuell veranlagt ist, aber nur dann sich vorstellen, dass eine Ozeanwelle den Atem reinbringt und wieder herausnimmt. Nur für diejenigen, die so ihre Gedanken in Bildern sehen. Die anderen haben dann noch doppelte Mühe, müssen sich konzentrieren und sich noch ein Bild vorstellen, hat überhaupt keinen Sinn. Ist schon schwierig genug. Also, nur für die visuell veranlagten. Und vierte Möglichkeit ist die Empfindung. Die Empfindung, die der Wind des Atems an den Nasenlöchern hervorruft, in der Nase, manchmal spürt man es in der Stirn, im Rachen, wo immer man die Empfindung des Atems spürt. Und für diejenigen, die schon länger meditieren und die im Moment einen Hilfsmittel brauchen, anfangen mit der Ende des Atems. Da kann man zählen, 1, 2, 3, man muss nicht. Anfang, Mitte, Ende kann man nicht sagen, das dauert zu lange. Es ist zu langwierig, drei Worte. Aber man kann Anfang, Mitte, Ende des Atems als Meditationssubjekt benutzen und vor allen Dingen gerade bei Ende und Anfang gut aufpassen. Braucht man Achtsamkeit. Für diejenigen, die schon länger meditieren und jetzt am Anfang des Kurses ein Hilfsmittel brauchen. Das sind Hilfsmittel. Immer mit dem Atem verbunden. Das Etikettieren habe ich bereits erklärt. Sobald Gedanken kommen, Etikettieren. Immer Etikettieren. Es gibt nichts, was uns mehr hilft, uns selbst kennenzulernen. Und wir sind immer bereit, andere Menschen kennenzulernen, andere Situationen, andere Bücher, Länder, alles Mögliche wollen wir kennenlernen. Aber erst mal sich selbst. Der Buddha hat gesagt, das ganze Universum ihr Mönche liegt in diesem klafterlangen Körper und Geist. Wenn wir uns selbst kennen, kennen wir das ganze Universum. Das müssen wir kennenlernen. Also Etikettieren, sobald der Geist abschweift. Am ersten Abend schweift er bei den meisten Menschen ab. Sollte er nicht abschweifen, ist das natürlich nicht nötig. Bei der angrenzenden Sammlung ist es auch nicht nötig zu Etikettieren. Das ist die Konzentration, wenn man glaubt, man ist auf dem Atem, aber so im Hintergrund schweben nebelhafte Gedanken rum. Nicht Etikettieren. Dann denkt man, man ist auf dem Atem, aber in Wirklichkeit geht der Geist hin und her. Ich möchte auch jetzt noch gleich die Gehmeditation erwähnen und erklären, weil die morgen früh rankommt. Und noch etwas über die Atemmeditation. Wenn man sich heute Abend eins der Hilfsmittel ausgesucht hat, dann bitte das morgen bis nach dem Frühstück benutzen dasselbe und dann ein neues nehmen, wenn das nicht so gut funktioniert hat. Es liegt auf keinen Fall an der Methode. Es liegt leider am Geist. Aber man kann gerne die Methode, die Hilfsmittel ändern, aber nicht sofort und auch auf keinen Fall in einer Meditationssitzung, sondern erst einmal der einen Methode, die man sich ausgesucht hat, eine Chance geben und dann morgen nach dem Frühstück eine neue probieren. Bei der Gehmeditation bleiben die Augen offen, im Gegensatz zu der Sitzmeditation, wo wir sie schließen. Die Augen sind herunter, sie gehen automatisch vor den Fuß, das machen sie automatisch, sodass man nicht von der Bewegung des Fußes gestört ist. Die Hände sollten zusammen vor dem Körper oder hinter dem Körper gehalten werden, dass sie einen nicht stören. Und wir wollen die sechsfache Achtsamkeit bei der Gehmeditation benutzen. Und zwar, wir können am Anfang auch zählen, eins bis sechs, bis wir uns daran gewöhnt haben und dann es ohne zählen können. Es soll auf keinen Fall aber automatisch werden, sodass der Geist jede Freiheit hat, herumzuschweifen und alles mögliche zu denken, sondern es muss konzentriert auf der Bewegung bleiben. Die sechsfache Achtsamkeit bedeutet, dass wir erst den Fuß heben, sodass die Ferse vom Boden weg ist, dass wir dann den Fuß nach vollkommen abheben, dann in die Luft hoch, Luft vorwärts, Ferse auf den Boden, Fuß auf den Boden. Das heißt, es gibt zwei Bewegungen, um den Fuß abzuheben von dem Fußboden, von dem Erdboden. Erst die Ferse hoch, dann den Fuß hoch, dann gibt es zwei in der Luft, eine hoch, eine vorwärts, dann zwei herunter, Ferse herunter, Fuß herunter. Wenn man zählt und man kommt nur mit fünf aus, ist auch okay. Aber man sollte versuchen, alle sechs. Das bedeutet starke Achtsamkeit. Wenn man die eigenen Bewegungen, die Bewegungen des Geistes, Bewegungen des Körpers, in kleine Teile zerlegt, lernt man sich selbst besser kennen. Das ist eine der Methoden, die der Buddha immer wieder benutzt hat. Alles in die kleinsten Teile zu zerlegen, so dass man sich nicht mehr als ein solides Objekt sieht, als ein solides Etwas, das eine Funktion ausführt und ein jemand ist, sondern aus Kleinteilen besteht. Und das ist bei der Gehmet-Vertion hilfreich. Bei gutem Wetter können wir draußen tun, wenn es schlechtes Wetter ist, in die Halle hier, die offen ist, die Halle direkt neben hier, oder auch in den Gängen. Wenn wir es in der Halle machen, bitte nicht durcheinander laufen. Das wird unmöglich. Das heißt also, von der einen Seite, von der Fensterseite auf die andere Seite gehen und wieder hin und zurück. und nebeneinander. Es ist unmöglich, wenn einige Leute so gehen und die anderen gehen so. Da kann man sich nicht konzentrieren. Also alle von der Fensterseite zu der Wand und wieder zurück. Wenn man in der Halle den als Gehmeditation benutzt, auf den Gängen hier, dann einen Platz aussuchen, wo man ungefähr 20 Schritte machen kann und in diesen 20 Schritten nichts jemand anders überkreuzen, sondern für sich alleine diese 20 Schritte dort haben. Sich merken von einem Fenster zum anderen oder was immer es sei. Aber im Raum müssen alle in der gleichen Richtung gehen. Draußen ist viel Platz kann man sich aussuchen. Aber auch 20 bis 25 Schritte lang ist der Gehfahrt. Gehmeditation ist nicht spazieren gehen, das kann man später tun, das spazieren gehen, sondern es ist ein Gehfahrt von 20 bis 25 Schritten, wo man sich Anfang und Ende genau markiert und nicht mit jemand anders überkreuzt. Draußen ist reichlich Platz, sodass das kein Thema ist. Aber hier ist es wichtig, sich daran zu erinnern. Das andere, was wichtig ist, Achtsamkeit auf sich selbst außerhalb der Meditation. Nicht den Geist abschweifen lassen. Es ist unmöglich, dem Geist Freiheit zu lassen, was er machen will, die alles mögliche auszudenken, überhaupt nicht aufzupassen und dann von demselben Geist zu verlangen, dass er sich auf das Kissen sitzt und konzentriert. Wie soll er denn das machen? Das ist unmöglich, das kann er nicht. Das heißt also, er muss sich auch außerhalb der Meditation konzentrieren können. Und das Konzentrieren bedeutet, dass man weiß, was man tut mit dem Körper oder was man tut mit seinen Emotionen. Oder wie die Gemütsstimmungen sind oder der Inhalt der Gedanken mit vier Grundlagen der Achtsamkeit. Und diese vier Grundlagen der Achtsamkeit die wir benutzen, die im Moment die stärkste ist. Im Prinzip ist das, was wir benutzen, am meisten benutzen, die Achtsamkeit auf den Körper außerhalb der Meditation. Wissen genau, was man tut. Beim Gehen jeden Schritt, bei der Türklinker runterdrücken, beim Schuhen anziehen und Schuhen ausziehen, Treppe raufgehen, Treppe runtergehen, beim Hinsetzen zum Essen, beim Essen selber, die Handlungen wissen. Das ist der zweite große Läuterungsprozess, den wir durchmachen. Denn wenn wir aufpassen, was wir tun, können wir unmöglich Hass oder Gier entwickeln. Und auch keine Lässigkeit und Trägheit des Geistes, sondern wir sind wach. Und die Wachheit des Geistes, das ist das, was der Buddha lehrt. Denn der Buddha wird auch genannt, der erwachte. Er ist aufgewacht, aus einem Traum. Was wir in der Welt für wichtig halten, ist ein Traum. Wenn wir aufwachen, merken wir ganz genau, wir haben uns in einem Traum bewegt und alles für bare Münze genommen und alles für wichtig gehalten. Genau wie wenn wir nachts träumen, und dann aufwachen und denken, Gott sei Dank, war ja nur ein Traum. So ist man hier auch mit uns. Gott sei Dank, ist nur ein Traum. Aber dass es uns berührt, wehtut, ärgert, dass wir Begierden haben, Dinge wollen, das ist alles ein Teil des Traums. Genau wie in der Nacht. Da spielt sich auch unheimlich viel ab. Was wir da alles träumen können und wie wir uns da aufregen können und wie entsetzlich das auch manchmal ist. Manchmal ist es auch ganz schön, aber wenn wir aufwachen, ist alles weg. Und so ist es beim Buddha, einer Wachte und wir wollen versuchen, wach zu werden. Und das können wir nur tun, wenn wir wach bleiben. am Tage natürlich, nicht in der Nacht. Und aufpassen, was wir tun. Auf uns selbst aufpassen. und aufpassen.